hallo und herzlich willkommen zum nz nachrichten kanal wir bringen jeden tag viele informationen für ihren alltag und da sie schon hier sind bitte hinterlassen sie ein like und aktivieren sie die benachrichtigungen zwei iranische schauspielerinnen werden beschuldigt fotos ohne kopftuch gepostet zu haben der iran hat zwei bekannte schauspielerinnen beschuldigt fotos von sich zu posten die den weiblichen kleidungscode des landes verletzen nur wenige wochen nachdem er strenge maßnahmen gegen solche verstöße angekündigt hatte berichteten lokale medien die polizei von teheran hat den fall von katayoun riahi und panthea baam an den iranischen justizapparat überwiesen und sie des verbrechens des öffentlichen entfernens des hiabs und des postens von fotos im internet angeklagt sagte die nachrichtenagentur tasnim am montag wenn sie angeklagt werden könnten die schauspielerinnen geldstrafen oder gefängnisstrafen drohen anfang des monats kündigte die polizei an dass sie in öffentlichen orten intelligente technologie einsetzen werde um frauen zu unterdrücken die den obligatorischen kleidungscode des iran herausfordern letzte woche wurden fotos von baam 53 viral nachdem sie ohne kopftuch bei der vorführung eines films posierte während riahi 61 mehrere fotos von sich an öffentlichen orten in teheran postete auf denen sie kein kopftuch trug die anforderung dass frauen in der öffentlichkeit ein kopftuch tragen müssen wurde unmittelbar nach der islamischen revolution von 1979 eingeführt die zahl der frauen im iran die den kleidungscode herausfordern ist gestiegen seit eine protestwelle den tod der kurdisch-iranischen massa amini 22 unter gewahrsam verursachte weil sie angeblich gegen diesen code verstoßen hatte am 16 april gaben die behörden bekannt dass sie 150 geschäfte geschlossen haben deren mitarbeiter den kleidungscode nicht einhielten baam und reahi haben mehrere auszeichnungen beim far international filmfestival der wichtigsten filmveranstaltung des iran gewonnen im november wurde riahi gegen kaution freigelassen nachdem sie mehr als eine woche lang inhaftiert war weil sie fotos auf instagram aus solidarität mit den protesten von amini gepostet hatte auf denen sie ohne kopftuch zu sehen war riahi war die erste iranische schauspielerin die solche bilder in den sozialen medien im rahmen der protestbewegung gepostet hatte helfen sie uns indem sie unsere inhalte teilen video jede woche so auf dem kanal danke und bis zum nächsten video